Der S&P 500, aber auch der Nasdaq 100 befinden sich auf einem neuen All-Time-High und viele kommen so ein bisschen ins Grübeln, ja wie weit geht die Strecke noch nach oben oder sehen wir vielleicht irgendwann mehr Risiken, die sich manifestieren und wir sehen dann eher wieder einen Aktien-Crash. Was ist, wenn ich euch sage, dass wir hier gerade beim Nasdaq und den Tech-Aktien gerade uns am Anfang einer mehrjährigen Rallye befinden, die uns am Ende ja deutlich weiter nach oben senden wird, deutlich über 30.000 Punkte im Nasdaq 100 und wir eine Verdoppelung oder vielleicht sogar eine Verdreifachung bei den Tech-Aktien sehen könnten. Nun, das sage jetzt nicht ich, sondern das sagen andere Personen, die wir uns jetzt genau anschauen. Bevor wir tiefer abtauchen, nochmal der wichtige Hinweis, ganz wichtig, einmal unter dem Video kommentieren, damit ihr euch eine Chance sichern könnt, dreimal die 500 Euro abzuschrauben, die ich an alle Kommentare unter meinen Videos im Februar verlose. Und damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, braucht ihr eben ein Depot beim Finanz.net Zero Broker. Dazu einfach den ersten Link unter diesem Video folgen, diesen Promocode benutzen und sich 25 Euro plus eine Gratis-Aktie sichern bei einem der besten Broker meiner Ansicht nach hier in Deutschland. Und jetzt blicken wir einfach mal zurück. Ja, wie komme ich da drauf? Ja, wie komme ich hier, dass sich die Tech-Aktien erst gerade am Anfang einer mehrjährigen Rallye befinden? Das sage nicht ich, denn ich bin ja eher weniger hier marktfokussiert, sondern ich konzentriere mich immer tatsächlich auf die einzelnen Unternehmen. Das wisst ihr aus meinen Videos. Aber ich schaue natürlich immer mal wieder rüber zu anderen Bereichen, zu anderen Fondsmanagern, um mir hier grundsätzlich einfach mal die Daten zunutze zu machen. Beispielsweise hier bei Deepwater Asset Management, was ich mir jetzt auch die letzte Zeit angeschaut habe. Auch die bieten ab und zu sehr schöne Analysen und sehr schönes Research an, dass ich mir dann natürlich auch mir selber zu Nutzen führe. Oder was sie dann auch hier entsprechend auch immer öfters. Ich mache jetzt einfach mal die größeren Fonds anzuschauen und zu sagen, okay, hey, was haben die denn in ihrem Depot? Und dann komme ich oftmals auf ganz interessante Aktien, die ich mir dann nochmal tiefer analysiere. Also hier zum Beispiel hier von Deepwater Asset Management und von Deepwater Asset Management hier Gene Munster, der hier entsprechend auch öfters mal bei CNBC auftritt. Und er hat hier ein paar sehr interessante Informationen. Ihr könnt euch gerne das Video selber dazu anschauen. Ich will einfach mal ein paar Kernelemente zusammenfassen. Er geht davon aus, dass wir uns gerade erst tatsächlich am Anfang einer mehrjährigen Tech Rallye befinden, die sich vor allem speisen wird aus dem Bereich der generativen KI-Möglichkeiten. Jetzt muss man sagen, ja, das ist so ein Top-Schlagwort. Das wird jetzt seit einem Jahr irgendwie durch alle Gassen getrieben. Man muss aber auch dazu sagen, dass hier Gene Munster schon eher einer dabei ist, auch der schon frühzeitig da dieses Bild auch geöffnet hat. Das heißt, es ist jetzt niemand, der jetzt einfach auf diesen Hype aufspringt, sondern tatsächlich, wenn man ihm mal öfters auch zugeschaut hat und hier ein bisschen verfolgt hat, er ist schon sehr lang auch sehr tech-fokussiert, auch mit seinen Fonds. Und er liefert hier auch ein paar interessante Einblicke zwischen Apple und Meta beispielsweise, ja auch ein Bereich, wo ich immer ganz besonders drauf schaue. Bei mir ist ja Meta die größte Position und Apple auf der anderen Seite habe ich bisher nicht im Depot mir reingelegt, weil ich es eben zu teuer fand. Das könnte sich irgendwann ändern, wenn wir tatsächlich hier von der Bewertung von Apple zurückkommen und hier vielleicht einige Wachstumssignale sich anders ergeben, bei der Apple-Aktie, die in der Vergangenheit eben nicht so positiv von mir aufgenommen wurde. Das vielleicht einfach nochmal so als Feedback. Und was sagt er jetzt ganz konkret? Er sagt, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Nasdaq sehen werden, der sich verdoppelt. Also er sagt hier QQQ im Endeffekt. Also der Nasdaq, die Tech-Aktien werden sich verdoppeln oder verdreifachen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Geleitet wird das Ganze vom KI-Hype, der seiner Ansicht nach gerade erst am Entstehen ist. Und wir solche Phänomene wie hier bei Supermicrocomputer sehen, dass hier wirklich die Aktie massiv explodiert ist. Natürlich auch, weil das Unternehmen hier super abgeliefert hat, aber ob die jüngste Spitze dann hier tatsächlich von der Bewertung so die Fundamentaldaten abspiegelt oder abbildet, das ist natürlich die Frage. Das zum Beispiel eine Aktie hatte ich schon länger auf der Watchlist, habe nie den Einstieg gefunden. Ganz eindeutig ein Fehler gewesen. Wie dem auch sei, das ist jetzt nicht die erste Position. Es gibt ja auch andere, die dann entsprechend auch in so einen Hype-Zyklus einfach reinkommen könnten. Und hier sagt er eben, dass wir uns gerade erst am Anfang befinden. Und hier die typischen Hype-Flyer wie zum Beispiel auch eine Nvidia noch viel, viel weiter den Weg nach oben suchen könnten. Und wir eben angetrieben werden von dem KI-Hype, der gerade erst vielleicht in die zweite Phase eintritt. Und wir tatsächlich auch erst in den Unternehmen Erkenntnis bekommen, dass tatsächlich hier KI sich auch kostentechnisch besser auswirkt oder auch den Umsatz treiben kann. Also er hier definitiv mega bullish gegenüber den Tech-Aktien und sagt, dass hier vor allem der Hype getrieben sein wird weiterhin durch den KI-Sektor. Er ist auch nicht der Einzige, der das sagt. Wir haben hier auch andere Kommentatoren bei CNBC genau das Gleiche sagen. Nämlich, dass wir hier ganz am Anfang erst eines KI-Mega-Zyklus uns befinden. So und jetzt von der Einordnung her. Es ist immer ein bisschen schwierig, vor allem bei CNBC. Auch dazu habe ich vor ein oder eineinhalb Jahren mal ab und zu ein Video gemacht, wo ich dann auch euch gezeigt habe, dass CNBC oftmals so ein Kontraindikator ist und inwieweit man hier auch den Informationen, die man auf CNBC bekommt, tatsächlich so folgen sollte oder eher nicht. Und wenn wir hier auf CNBC rüberschalten und hier immer wieder extrem bullish gegenüber KI und so weiter das Ganze gehypt wird, dann könnte man das oftmals als Kontraindikator darstellen. Wir sind ja auch vom Vier-Greed-Index, den ich euch hier auch ab und zu mal einblende, einfach so von der Markteinordnung her, sind wir eher ein bisschen im Greed-Bereich. Aber das sind jetzt keine Zustände, wo ich sage, hey, wir sind jetzt irgendwo von der Einschätzung her extrem in einer Bubble drin. Dazu fehlt meiner Ansicht nach immer noch der letzte Schlüssel. Das heißt, dass jetzt hier Oma und Opa, die noch nie von Aktien gehört haben, dann auf einmal Nvidia kaufen wollen. Wenn wir in diese Phase reinkommen, dann wird es kritisch, dann sind wir auch hier irgendwo im extrem überkauften Bereich. Aber dann kann ich hier auch Gene Munster entsprechend auch zustimmen, wo ich sage, ja, theoretisch geht das noch ordentlich mehr. Und wir könnten uns tatsächlich irgendwie verdoppeln oder verdreifachen. Er sagt auch selber, er rechnet damit, dass wir dann, wenn wir diese Verdoppelung oder Verdreifachung gesehen haben, eben in eine Bubble reinkommen, die dann platzen wird. Wir sind aber noch lange nicht so weit, seiner Ansicht nach, denn es gibt immerhin weiterhin Picks hier auf dem Markt, wo wir entsprechend weiter uns ins Depot legen können und diese Welle mitreiten können. Wer grundsätzlich auch mich verfolgt, der wird wissen, ich bin jetzt auch von meinen Anlageentscheidungen und von meinen Investitionen niemand, der hin und her hüpft und von der einen Welle auf die andere Welle aufhüpft. Im Gegenteil, zum Beispiel Nvidia, eine AMD, eine ASML, das sind alles Aktien gewesen, die habe ich gekauft, als mir jeder und der gesamte Markt davon abgeraten hat, diese Aktien zu kaufen. Ja, ich habe bei Nvidia ein bisschen getrimmt, ich habe bei Nvidia Gewinne mitgenommen, aber man sieht schon, das waren alles Aktien, auch hier aus dem Bereich Chips, KI, Palantir, die sind bei mir, gehören bei mir im Depot definitiv zu den Top Movern. Und ich hätte mir vielleicht sogar noch mehr davon ins Depot legen sollen, das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein, trotzdem von der Chipgewichtung her bin ich eigentlich ganz zufrieden von meinem Depot. Da geht noch ein bisschen mehr und meine Rendite wäre auch noch mal deutlich besser gewesen, wenn ich nicht auch ein paar Fehlinvestitionen getätigt hätte. Die schauen wir uns dann aber zum Ende des Monats an, wenn es wieder ein Depot-Update gibt. Meine Botschaft hier auch an sich grundsätzlich ist, ich würde jetzt nicht anfangen hier von der einen Welle auf die andere Welle zu reiten. Ich glaube, die meisten meiner Zuschauer haben ohnehin relativ viel Tech-Aktien im Depot, sind da sehr gut aufgestellt und ich würde jetzt aber auch nicht in die Phase reingehen, hier anfangen zu traden oder so weiter. Denkt dran, baut euer Depot langfristig auf, sorgt dafür, dass ihr ein bisschen eine gewisse Diversifikation im Depot habt. Die muss nicht übertrieben sein, ihr seht schon bei mir, die 50% sind von drei Aktien abhängig, aber sorgt dafür, dass eben nicht alles auf eine Karte gesetzt wird von euch. Zum Beispiel auch hier, wenn hier der Bogen natürlich immer extrem schön ausschaut, habt mehr wie ein oder zwei Aktien im Depot, das will ich euch mitteilen, keine Anlageberatung, aber investiert langfristig und denkt dran, ihr baut euch hier mit euren Investitionen langfristig eine Freiheitsmöglichkeit auf und die kommt nicht in einem Jahr, die kommt nicht in zwei Jahren, die generiert man sich selber, indem man eben langfristig investiert. Und wer jetzt noch mehr Cash braucht, um eben sein Depot weiter zum Wachsen zu bringen, denkt dran, hier am Gewinnspiel teilzunehmen und sichert euch 25 Euro plus eine Gratisaktie. Auch da gibt es schon mal ordentliches Cash zu euch zur Verfügung, wer bisher eben kein Depot beim Finanz.net Zero Broker hatte. Vielen Dank dafür fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. 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 Ciao.